Guten Morgen Leute! So, es ist 9 Uhr mittlerweile. Ich bin auch jetzt seit 8 Uhr wach, hab die ganze Zeit hier an meinem Laptop noch ein bisschen ein paar Sachen gemacht und ja, da seht ihr die kleine Mopfel, die dieses triste Bild einfach nur um Welten verschönert, weil draußen ist absolutes Schrottwetter. Ja, und ich habe jetzt um 10 Uhr einen Zahnarzttermin, bin wieder etwas aufgeregt, ich weiß auch nicht, ich kriege jetzt, glaube ich, also ich war halt, habt ihr ja mitgekriegt in dem Video, etwas benebelt noch, als der Zahnarzt irgendwie meinte, ja, um 10 Uhr kommen sie dann am Montag, nö, 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 nö. Und ich glaube, ich kriege jetzt die Fäden gezogen und die Drainagen gewechselt. Ich weiß es nicht, ich hoffe, dass vielleicht die Drainagen gar nicht gewechselt werden müssen, sondern dass die einfach nur rauskommen, das wäre richtig schön, weil morgen fliege ich ja nach Berlin. Ich reise so gesehen einen halben Tag vorher an, bevor die Zuschauerin kommt, weil gestern habe ich es ja noch ausgelost, wer mit mir nach Berlin fliegt und das ist die liebe, was soll das denn jetzt? Das ist die liebe Laura und ich bin so aufgeregt und ich hoffe, dass das alles so klappt und dass es alles so wird, wie ich es mir vorstelle, aber da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, auf jeden Fall fliege ich morgen schon nach Berlin, weil ich eventuell noch einen Tattoo-Termin habe. Ja, also ich fliege auf jeden Fall morgen nach Berlin, ob nun der Tattoo-Termin passiert oder nicht passiert, das weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt und würde mich sehr freuen, wenn das klappen würde. Ja, und dann bin ich Mittwoch in Berlin, Tobi kommt auch Mittwoch dann nach Berlin, je nachdem die Zuschauerin entweder auch schon Dienstagabend, wenn sie jetzt kann, oder halt auch Mittwoch morgens erst. Und dann sind wir halt in Berlin am Mittwoch, Donnerstag, Freitag muss ich Videos drehen, ganz viele, weil wir halt dann am Samstag, nee, ja, am Samstag fliege ich dann mit Kim nach London. Da hatten ja auch ein paar gefragt, warum ich damals mit Tobi nach London bin, aber Tobi und ich, wir fliegen ja immer mit Ryanair und das ist ganz günstig und dann kann man halt auch mal einen Tag nach London fliegen und das mache ich jetzt am Samstag, weil ich das Kim zum Geburtstag geschenkt habe. Da haben wir für den Hin- und Rückflug 20 Euro gezahlt, also insgesamt 40 und für zwei Personen, also kann man gar nichts sagen. Und ja, dann geht's am Sonntag nach Dubai. So, jetzt bin ich im Fahrstuhl und jetzt geht's zum Arzt. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich hab die Fäden gezogen bekommen und die Drainagen ausgetauscht bekommen und, ähm, bei der Seite lief alles gut, bei der Seite lief auch alles gut, bloß, dass ich beim Drainagenziehen auf der Seite ohnmächtig geworden bin. Und das muss man auch erstmal schaffen, wenn man liegt, ohnmächtig zu werden. Ähm, ich kann's euch nicht sagen, ich bin halt irgendwie, ich hab die Augen zugemacht, weil ich so gemerkt habe, okay, Maren, beruhig dich jetzt mal, das ist jetzt in zwei Minuten vorbei. Und dann irgendwie hab ich gemerkt, dass es sich so gedreht hat. Und das Nächste, was ich weiß, ist, als ich hochgeguckt hab, stand der Arzt und die, ähm, Kranken-, also die, ähm, Zahnarzthelferin da. Ich hatte ein Tuch auf der Stirn und, ähm, ja, dann hat sie gesagt, so, ich bin ohnmächtig geworden. Und sie selber hat das noch nie gesehen. Der Arzt, der hat das schon gesehen, hat gesagt, ja, bei zierlichen Frauen kann das mal passieren und so. Ja, und, ähm, sie war total schockiert, weil sie sowas noch nie gesehen hat. Und ich hab die Augen verdreht und hab voll gekrampft wohl. Ja, dann, ähm, war ich eigentlich mit dem Drainageziehen. Also ich hatte um 10 Uhr den Termin und war dann eigentlich um, äh, 10 Uhr 35, ähm, ja, wäre ich eigentlich fertig gewesen. Und ich musste da bis 20 nach 11 da bleiben. Und, äh, ich bin halt alleine gefahren. Das letzte Mal, äh, bei der OP war Papa dabei. Aber ich hab halt gesagt, das ist Quatsch, ich krieg die Fäden gezogen. Kann ja keine Sau wissen, dass ich da ohnmächtig werde. Ja, musste ich halt warten, so um die 40, 50 Minuten. Und hab so Tropfen gekriegt. Und dann bin ich jetzt eben nach Hause gefahren. Jetzt lieg ich hier mit meiner Kuscheldecke. Hab noch nichts gegessen, weil ich irgendwie so Angst habe, irgendwie was zu essen, wegen der neuen Drainagen. Und, äh, keine Ahnung, mir geht's irgendwie voll scheiße gerade. Und jetzt muss ich gucken. Jetzt will ich halt einfach mich noch so zwei Stunden ausruhen. Und dann gucken, dass ich wieder zu Kräften komme. So, Leute, mir geht's jetzt wieder ein bisschen besser. Und ich hab mich jetzt dazu entschlossen, weil ich ein bisschen Schiss habe, rumzufahren und noch immer so ab und zu so ein, äh, hab. Dass ich jetzt Musik angemacht habe, das Fenster aufgemacht habe und einen Frühlingsputz mache. Hey, Leute, was geht? Oh, jetzt, euch erstmal hier so richtig, äh, ja. Ich bin auch endlich von der Arbeit zu Hause. Alter, ich hab eine Mathe bekommen. Ja, ja, ja. Ich hab jetzt gerade Arbeitsfragen und wir haben jetzt, glaub ich, 10 nach 7, um den Dreh. Moment, die Katzen zanken sich. Die Katzen zanken sich. Halle, Schatz. Halle, Schatz. Ja, 17 nach 7 haben wir. Boah, war seit heute Morgen halb neun auf der Arbeit. Und, ähm, ja. Ich bin froh, zu Hause zu sein. Und die liebe Maren hat einen richtig geilen Frühlingsputz hier in der Wohnung gemacht. Ja. Einfach alles so unglaublich sauber und geordnet. Aber so voll im Schneckenmodus. Alter, Schwede. So, Hauptsache, bloß nicht ohnmächtig werden. Komm, ich graul dich wie Finn und Ivy. Moin, das tut noch ein bisschen weh. Entschuldigung. Es tut mir leid. So, Leute, ich hab mich jetzt gerade mal fertig gemacht. War einfach mal oben Zähneputzen, hab mir ein paar chillige Sachen angezogen. Und, ähm, werde jetzt noch den Müll mit runternehmen. Die liebe Maren ist noch gerade am Spülen, weil das passt alles nicht mehr in die Spülmaschine rein, die ist auch poppevoll. Und wir wollen ja einfach mal so alles ein bisschen sauber machen und komplett alles rein haben. Ja, und dann fahr ich noch zu meiner Mama. Die, hier muss ich auch noch eine Auflaufform vorbeibringen. Die hatten wir seit Weihnachten jetzt hier. Mama hat schon geschrieben, ich vermisse meine Auflaufform. Wo ist sie? Ja, und, ähm, wenn ich dann bei meiner Mama war, fahr ich wieder zurück. Und dann werden Maren und ich noch ein paar Filme gucken über Netflix. Also ich persönlich hab noch nie Katzen gesehen, die keine Angst haben vor Ballons. Vor allem, die beobachten sich die ganze Zeit durch die Null. Mopfi. Hallo, und Tobi schreibt mir die ganze Zeit. Hallo, kleiner Schatz. Also hier sind die Ballons, die lassen wir auch gleich noch fliegen, denke ich mal. Ähm, aber jetzt... Boah, was will Tobias? Aber jetzt werde ich erstmal Nachrichten hier beantworten. So, Leute, ich will jetzt gerade einkaufen. Und stehe hier gerade beim Tee. Einfach sinnlos, keine Ahnung. Joa. Ich gucke hier gerade. Ich brauche, ähm, auf jeden Fall Zeva. Äh, aber Zeva ist hier irgendwo nicht. Das ist Pampers. Pampers ist falsch. Ah, da ist es doch. So, auf jeden Fall Zeva brauche ich einmal. Katzenfutter. Da essen die immer gerne das hier. So, jetzt brauche ich noch Glas-Spray. Hier, Glas-Spray. Perfekt. Hey, Leute, da bin ich wieder. Back with the Marin. Wir machen uns gerade noch Spaghetti Bolognese. Also, ihr habt gesagt, die Marin macht es mir, aber ich versuche ihr so gut, wie es geht, zu helfen. Und jetzt mache ich das. Ja, damit ich hier irgendwie finde. Was machst du an meinen Socken? Riecht der schlecht? Das kann gar nicht sein. Stinke Füße. Nein. Ich habe noch nie in meinem Leben Käsefüße gehabt. Nein, nur nicht. Guck mal, guck hin. Hast du? Oh, klar. Guckt hier. Guckt mein Fell. Guckt, wie ich am Donnerstag hab bin. Ja, am Donnerstag geht das Fell. Leider ist Finn im Unterfell. Wirklich, also, Finn, vom oberen Fell her kriegt man das auch super gekämmt. Allerdings, das Unterfell ist so schrecklich bei ihm. Also, wirklich, ich habe, auch wenn ich noch nie Katzen hatte, aber das habe ich wirklich noch nie bei einer Katze erlebt. Das ist so wirklich, das ist schwer. Die lassen sich nicht richtig kämmen. Oder das Unterfell kann man auch nicht richtig gut kämmen. Naja, auf jeden Fall muss er geschoren werden. Und der Schwanz hat ja kein Problem. Am Kopf hat er auch kein Problem. Also wird es auslaufen, dass es wirklich ein Löwe wird. Und das ungewollt. Also nicht, als würden wir hier irgendwie irgendwelche modischen, trendigen Sachen mit der Katze machen. Niemals. Aber Ivy wird auch, ne? Ja, Ivy wird auch geschoren. Was soll ich euch anderes sagen, Leute? Außer, was läuft. Und bei euch, was gibt's Neues? Ja, ja. Ich weiß, es ist scheiße Wetter draußen. Das zieht die Laune runter. Habe ich heute mal wieder auf der Arbeit gemerkt. Ich komme raus. Also, ich fahre zur Arbeit. Bäh, kurz Wetter. Ja, aber Tag war's gut. Drei Grad Regenbar, bla. Ne, das war für eine halbe Stunde war Sonne draußen. Also hier war mehr als eine halbe Stunde Sonne. Bei uns war vielleicht eine halbe Stunde Sonne, kurz Sonne. Ich gucke raus, boah, ich muss wieder in den Laden. Ich freue mich einfach noch mega auf den Sommer. Ich freue mich mega auf den Sommer. Morgens im Hemd rausgehen. 10 Uhr, also ich mag so die mittleren Temperaturen. Zwischen 20 und 24 Grad. Ab 25 bis 35 ist mir schon wieder viel zu warm. Da ist man wieder nur am Schwitzen. Und, ja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Dubai ist ja mega heiß, aber ist nicht schwül. Zum Glück. Bei 30 Grad werden. Ja, aber es ist eine trockene Hitze. Das finde ich gut. Nö, die sieht eher als gäbe aus. Es ist eine anstrengende Hitze. Hitze macht mir so nichts aus. Wirklich, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ein, ja, ich passe mich sehr schnell dem Klima an. Also, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in den Regenwald kommen will, hätte ich natürlich auch damit zu kämpfen. Also, ich bin nicht Bear Grylls oder so, ne, und war mal bei der Französischen Legion oder so und hab voll die Überlebensdinger, aber ich komm schon gut klar. Drei Folgen aus dem Wald über Leben mit Tobi. Ja, ja, dann hau rein. Das wäre mal echt Hammer. Ich kommentiere dann von Marm zum Hause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.